es ist aber ab 22 Uhr sagen der kann ja etwas länger dauern ja du wolltest ja den Spiegel du Fotze habe ich nicht sogar so viele Münzen? 50 Stück 50 ja ich weiß so viele hast du glaube ich nicht vielleicht hatte ich ja noch nicht mal du weißt also ich viele Münzen habe aber ich habe auf jeden Fall mehr als du ja aber keine 50 ach jetzt Maul ja hier nimm den Flicken und fang an zu piep was hast du gerade ficken gesagt? flicken was? nicken? nicken abnicken ich habe piep gesagt achso flicken komm nimm den Flicken und fang an zu piep hä? fang an zu piep und fang an zu bäb und zweimal piep haverkraft nimm den Flicken und fang an zu ficken waaat du hast gerade nicht nein Benedikt nein habe ich nicht 18 w GERUTIGELT und da ist nix das ist nur das ist nur eine coole wo man parken kann ja ja ich male mir ein bild ich kann doch das verwirte ich mal zu mit mir ein bild nein ja klar weil du sagst auch ein sexy und ein konki die konvention in die länge ziehen ja was die galik geräusche alle galley kgili k 적 eine kalle 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 das zeitwek er die leo müsste auf in das geile level mekanto feuer global knall so ein großer vorgebahme Ich würde jetzt glatt sagen, du läufst zurück und holst dir den Donkey Kong noch. Ja. Und gleich verlierst du beim ersten oder beim zweiten wieder den Donkey Kong. Nein. Das ist schon mies, irgendwie. Nee. Warum ist das mies? Ich weiß es nicht. Du musst sie doch nur beeilen. Du kannst es rollen. Du kannst sie töten. Ja, kann ich. Ja, hast du das gerade gesehen? Ja, das können die. Tod. Tod. Aber du Geschicke. Lauf über diese Lavala. Guck mal, der hat Achseüberhaarung. Oh, der ist doch voll überhaarrt. Okay, er ist auch ein Affe. So wie du, ne? Guck mal, ich habe meinen Donkey Kong wieder. Level kenn ich gar nicht mehr echt. Das ist viel zu lange schon her. Aber du bist schon im dritten Level, ne? Nur mal so gesagt. Ja, ich war halt ja. Was denn? Du weißt, was für ein Spass du bist? Warum kommt die Bombskugel mir hinterher? Also auch gleich kommen die anderen Bombskugeln gleich nochmal hinterher. Das ist ja nicht die einzige, die mitkommen. Alle Bombskugeln kommen mit. Warum musst du alles wiederholen, was sie sagt? Die Bombskugel. Das ist Doppelkinn. Ich bin so Toro. Ja. Nein! Er hat den Safe geschafft. Guck mal, ich bin bei euch. Safe. Na komm, du Bombskugel, vergiss dich. Guck mal, da sind alle Bombskugel wieder. Riese, Riese. Wie lang geht's? Wie lang, ne? Links hättest du dir denn noch die Spinne holen können. Ach so. Ja, komm. Ja, ich... Kannst du Wayne? Kannst du Wayne? Ja, ne? Ich würde schon üben damit, würde ich sagen. Interessiert mich nicht. Ich glaube, hier war die Sucke einfacher in dem... Fuck. Kann sein. Oh, was? Guck mal, da ist schon wieder rein, Donkey Kong. Geht ganz schön schnell, ne? Kann das sein, dass das ganz schön schnell geht? Ja, sehr wohl. Was? Die ersten sind immer da vor bisschen. Pong. Maaan. Ping und Pong. Was war das? Ich will das haben. Geht her. Danke. Geht doch. Bitteschön. Nein. Dank war aber nicht an dich gerichtet. Piss. Voll. Ach, pfuh. Leck mich doch, Omaa. Leck mich doch, Omaa. Leck mich doch, Omaa. Ach, pfuh. Aber ich finde das mit dem Seil ist es einfach, weil du ein schneller bist. Ja, klar. Okay, ein bisschen zu schnell manchmal. Ja, ich bin ein Tick zu früh. Oh, mein Headset. Geht das, wenn das so dann irgendwann drückt? Nein. Okay. Jetzt hat das Problem nicht. Also ich komme die Klappe suchen, ne? Hm? Ich komme die gleich besuchen, sag ich. Ja. Nein. Ja. Oh, ich hatte keine Spritzis mehr. Ja, du bist auch behindert. Passt das ja auch. Ja, ich mag das Level so. Sprechen? Hä? Speichern noch mal so. Ja, ja, ja. Äh. Mag ich nicht. Ach, vielleicht. Wie gesagt, du bist immerhin schon bis zur Hälfte für den ersten Mann. Ach, guck mal, da gab es sogar was. eine münze ich hab's da wirklich und tot was nicht sobald es wieder hoch gehen mit den heißen pfad nehmen nein würde ich nicht lieber die fresse polieren okay dann darf ich auch okay du einmalig schade gast ist untereinander regeln du haust mir ist eine und das auf zweimal und dann habe ich einmal dann darfst du wieder und dann nicht immer damit du einen vorsprung ich hatte einen schaden leute merkt ich schon selber unseren kompletten hass auf uns einmal richtig loslassen ich weiß nicht was damit ist warum ausgerechnet wir wieder es erwischt haben keine ahnung jetzt hör doch auf man ich mag dein wasser nicht dein wasser ist tödlich und deine ebene scheiße guck dir mal ein neues level aus vielleicht labert so viel scheiße das geht gar nicht warum guck dir mal wie kann man so ein scheiß level erfinden für ihn ja vorsicht so gehört ich hab mir das mega behindert der gegner klar wie oft das nochmal ging ich hab mir das mal wieder aufsteuert ich hab mir das mal wieder aufsteuert Hm, wie immer. Äh. Nein! Nein! Du Ficker! Nein! Ich will nicht. Ich will nicht, ich hab schwitzige Hände. Hör doch auf. Dankeschön. Da wächst einer zu viel. Guck mal, der hat einen Mund. Oh, sogar einen. Hm, du bist behindert. Ich komm nicht besuchen. Du musst das selber ja trotzdem machen, ne? Ja klar, musst du das machen. Du brauchst ja beide Skier. Aber sicher, natürlich. Jeder muss beide machen. Hätte ich auch das andere zu machen können. Ne, ich dachte jetzt, du bist... Ich dachte, du bist in einem Level schneller, dann hätte man so schön gesehen können, er ist immer, weißt du, du machst schon Abwechslung von jedem Land eins. Ne. Das war ja mein Gedanke dahinter. Bei mir weißt du das doch. Nein, ich hab ernsthaft an dich geglaubt, dass du das Level hier auch schnell machst. Nein, bei mir weißt du das doch. Nein. Guck mal, ich hab einmal Vertrauen in dich. In dieses Donkey Kong-Spiel. Halt die Fresse, hast du gar nicht. Doch. Ich schwöre auf... Vielleicht ist ein Oberlügner. Ich schwöre auf meine ganzen Videos. Das ist einfach so. Nein, er hat's rausgefunden, dass da auch irgendwas ist. Fuck. Hast du schon vorgesehen, dass da eine Banane war? Aber ich hab mir zuerst nichts dabei gedacht gehabt. Es ist... Ich finde die Bananen-Stürzer ab. Ja. Ja, deswegen mach ich die auch nicht mehr. Größte Kacke. Ich hoffe, man muss sicher gehen. Du hast bestimmt gerade auch gezählt. Eins, zwei, drei, ne? Ne, hab ich nicht. Na, ich kenn dich. Ich kenn dich. Nein, hab ich nicht. Du bist ein Schlawiner, du bist ein Schlawiner. Aber haben wir nur geguckt. Wieso ist man manchmal zu langsam? Das ist doch Kacke. Boah, das war knapp. Guck dir mal die Wohlformigkeit dieses Donkey Kong an. Er schafft das eindeutig. Eine fette Sau namens für mich. Cool, ich bin im Spiel. Mann, ist das mies. Und weil es andersrum geht? G! 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 Motherfucker! Komm wieder mit ihm. Oh! So geil hier! Naja, egal. Ich hab's doch ja geschafft. Ja, immerhin. Ja, wird. Aber einen Level hab ich komplett mit... Hier. Hallo! Das ist der erste. Komm, schneller bewegen. Schneller! Schneller! Beweg dich! Hopp, hopp! Ja. Nur so klar, dass du das besser kannst als ich. Besser Bau gemacht. Weißt du schon, ne? Hallo, red mir mir! Du hast doch gesagt, ich soll schnell machen. Sollst du dich aber nicht konzentrieren. Schnell machen, aber nicht konzentrieren. Okay, dann mach ich das. Okay, dann. Aska, das krieg ich hin. Was möchtest du davon wissen? Ah! Ein Wichser. Hat die eigentlich die Brille auf? Ey, Blindschleiche! Was denn? Nix. Jetzt haben wir nur dumm. Ne, warum? Darum. Das hat doch keinen Grund, weißt du doch. Spinn, aber! Heiß! 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 Oh, warum? Ist da? Warte, wo kommt nou her? Erst da. Wer ist da, dann da, dann da, da, dann, da, dada, dada, da, dada, dada, lada, dada, 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 lada, lada, lada. Der Ende der Punktlar macht, aber direkt immer hinterher. Ja. Drei. Es war ja lustig, wenn du reingeschwungen hast. Aber dann wäre sie hinterhergesprungen. Bum 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 pum Bum 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 are you sorry about that? nicht mehr weniger keine ahnung ich glaube nur scheiße oh mein gott